Wie viel hättest du kriegen müssen? 331 331? Ja Dann fressen das Weil ich dachte, die wollen nicht abziehen Mir stehen 563 Da ist das Kindergeld Unterhalt runtergerechnet Geht nicht anders Kannst du mit mir eben? Den Aschenbecher geben Kippe Übernehmen Bitte Danke 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 Ich weiß nicht, dass es nicht wirklich ganz passt. Was ist denn? Ich ziehe es. Also, wenn der Automaten und Automaten zieht, dann ziehe ich noch vor, um zu zahlen, zu unter anderem im Handwerkstab, um wieder nach Hause zu spucken und so weiter. Wie ich führe, darf nur, dass ich im Moment ziemlich lang durchgezogen habe. Statt 563 hast du, ey, für 95 Euro? Ja. Das ist normal, ey. Nimm uns auch nach Hause. Ja. Moment. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. الا한 Qualität ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Moment. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.